Himmlische Superhits auf Radio SAW Es ist nicht so, als hätte Dan Reynolds sich früher nie um ernste und traurige Themen gekümmert. Im Gegenteil, die ernste Seite des Lebens ist ihm durchaus vertraut. In diesem Song, in Bones, hat er aber einfach keinen Bock mehr auf Trübsal. So ganz nach dem Motto, heute ist kein Tag zum Sterben. Heute nicht. Schau in den Spiegel meines Geistes. Ich blättere die Seiten meines Lebens um. Gehe den Weg, den viele gingen, eine Million Mal. Ertränke die Stimmen in der Luft. Verlasse die, die sich nie gekümmert haben. Sammle die Stücke auf und baue zum Himmel. Vielleicht ist die Idee für diesen Song wirklich für einen Badezimmerspiegel entstanden, bei dem Blick in den Spiegel und der Entscheidung, das eigene Leben wieder neu anzunehmen. Die Stücke des eigenen Lebens aufzusammeln und für sich selbst damit einen neuen, einen guten Weg in die Zukunft zu pflastern. Picking the peas up and building to the sky. Super, wie viel Kraft und Lebenswille in dem Song Bones, Knochen, von Imagine Dragons steckt. Naja, man spricht ja auch nicht umsonst von Mumm in den Knochen. Aus der Kirchenredaktion Oliver Weiland, Radio SRW.